Frau Staatsministerin, an diesem Dienstag der fünfte Integrationsgipfel der Bundesregierung. Den ersten gab es im Juli 2006. Hat sich seitdem so wenig getan in Sachen Integration, dass man das alles nach wie vor auf Gipfelebene besprechen muss? Ich glaube, es hat sich als ungemein wichtig erwiesen, dass Integration bei uns Chefinnensache ist. Die Bundeskanzlerin persönlich lädt ein und aus den Ländern kommen dieses Mal wieder drei Ministerpräsidenten. Es kommen viele Spitzenvertreter aus der Gesellschaft, von den Migrantenorganisationen und das gibt der Integrationsschub. Dieses Mal gilt es, den nationalen Aktionsplan Integration zu vereinbaren. Das ist ein Gemeinschaftswerk, was vorgelegt wird, was dann heute Nachmittag auch verabschiedet wird und dann geht es an die Umsetzung. Wo sehen Sie denn im Moment die größten Probleme in Sachen Integration nach wie vor? Also wir haben drei Großbaustellen. Die gelten nach wie vor. Das ist der Erwerb der deutschen Sprache. Das ist Bildung und Ausbildung verbessern und gleiche Chancen am Arbeitsmarkt. Wir wissen, dass wir vorankommen in diesen Feldern. Aber wir brauchen noch mehr Fortschritte, damit wirklich die gleichberechtigte Teilhabe gewährleistet ist. Es gab einen Integrationsplan, es gibt ein Integrationsprogramm, jetzt gibt es einen Aktionsplan. Was soll der beschleunigen und wie vor allem soll der das, was Sie eigentlich wollen, noch beschleunigen? Ich will einmal kurz den Unterschied nennen zwischen nationalen Integrationsplan, dem ersten Gesamtkonzept für Integration in Deutschland, mit über 400 Selbstverpflichtungen, die nahezu alle erfüllt sind. Deshalb ist es jetzt an der Zeit für einen solchen Aktionsplan. Und dieser Aktionsplan enthält sehr konkrete, verbindliche Zielsetzungen, Maßnahmen und Zeiträume, in denen diese Maßnahmen umgesetzt werden. Und wir haben inzwischen Instrumente entwickelt, sodass wir Integration auch wirklich messen können. Geben Sie uns ein konkretes Beispiel für das, was Sie verbindlicher nennen, was sich auch unterscheiden soll zu dem, wie es bislang gelaufen ist, was ja auch von vielen kritisiert wird, beispielsweise aus SPD und Grünen, dass es nicht konkret genug war, die Forderung, dass es keine Gesetze gab, beispielsweise. Also geben Sie uns ein Beispiel für die verbindlichere Seite, die dieser Aktionsplan jetzt haben soll. Ich will Ihnen zwei Beispiele dafür geben. Und ich beginne bewusst mit einem Gesetz. Es ist das Gesetz zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen, das den Bundestag im letzten Jahr passiert hat, das jetzt zum 1. April dieses Jahres in Kraft tritt. Und es ist ein Meilenstein in der Integration, denn wir wissen aus der Erwerbstätigenssituation, dass viele trotz einem guten beruflichen Abschluss, den sie aus dem Ausland mitbringen, hier in Deutschland als nicht qualifiziert gelten, weil ihr Abschluss nicht anerkannt wird. Das ändern wir mit diesem Gesetz. Und jetzt sind übrigens die Länder am Zug, denn dort fehlen uns noch die entsprechenden Gesetze. Integrationspolitiker aus SPD und Grünen oder von SPD und Grünen fordern beispielsweise auch im Zusammenhang mit diesem Aktionsplan die doppelte Staatsbürgerschaft. Sie fragen nach dem Wahlrecht auf kommunaler Ebene. Was halten Sie von solchen Beschlüssen, von solchen Schritten? Ich glaube, wenn es um die Forderungen geht, kommunales Wahlrecht, darüber ist die Zeit hinweggegangen. Denn es ist doch wichtig, dass man nicht nur auf kommunaler Ebene wählen kann, sondern dass man die vollen Rechte und Pflichten als Staatsbürger hat. Und die hat man nur, wenn man sich einbürgern lässt. Deshalb werbe ich sehr aktiv für mehr Einbürgerungen in unserem Land, dass man Ja sagt zu Deutschland. Und dem dient auch eine sehr klare und mitnehmende Integrationspolitik. Von daher sage ich, wir haben die Integrationspolitik neu ausgerichtet. Und ich freue mich über die Fortschritte, die wir inzwischen erreicht haben, aber auch über den Willen, nicht locker zu lassen. Doppelte Staatsbürgerschaft, davon halten Sie auch nach wie vor nichts. Das ist ein Thema, von dem Sie wissen, dass wir in Deutschland in einer anderen Tradition stehen. Aber wir haben sehr viele Menschen, die in der Tat über die doppelte Staatsbürgerschaft verfügen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich entscheidet. Entscheidet für die Staatsbürgerschaft des Landes, in dem man auf Dauer lebt. Und deshalb, glaube ich, sollten wir nicht streiten, ob doppelte Staatsbürgerschaft oder eine Staatsbürgerschaft, sondern viele ermuntern und ermutigen, Ja zu sagen zu Deutschland und die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Ein Problem, Sie haben es auch angesprochen, ist, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund bei uns im Land nicht in Arbeit kommen, jedenfalls nicht in gut bezahlte Arbeit. Da ist ein Punkt jetzt, dass die öffentliche Hand da verstärkt einspringen soll und sich kümmern soll, dass sie eben Menschen mit Migrationshintergrund auch verstärkt einstellt. Da gab es bislang Kampagnen und Aufrufe. Geht der Bund da voran? Ja, wir müssen gemeinsam vorangehen, Bund, Länder und Kommunen. Und wir haben auch ein großes Eigeninteresse daran, denn viele Migranten haben heute einen ordentlichen Schulabschluss, bringen eine berufliche Qualifikation mit. Also die Voraussetzungen, die man für den öffentlichen Dienst braucht, Leistung, Eignung und Befähigung, das sind die klassischen Kriterien. Aber ich habe immer gesagt und wir haben es auch festgehalten, interkulturelle Kompetenz, Fähigkeiten in mehreren Sprachen zu Hause zu sein, das sind auch wichtige Pluspunkte und die sollen gewürdigt werden. Also mehr Migranten in den öffentlichen Dienst, ein klares Ja und eine Weichenstellung bei dem Integrationsgipfel. Jetzt hören wir in letzter Zeit immer häufiger den Begriff der interkulturellen Öffnung. Sie haben ihn eben in einer etwas anderen Variante auch angesprochen. Was ist der Unterschied zu Multikulti? Nun, Multikulti war Beliebigkeit und hatte keine klare Zielsetzung. Wenn wir sagen interkulturelle Öffnung, dann betrifft das beispielsweise eine Kommunalverwaltung, dass man sehr wohl weiß, diejenigen, die sich dorthin wenden, nicht nur beim Einbürgerungsamt, sondern beim Bürgerservice, das sind Menschen unterschiedlicher Herkunft und die sollen auch miterleben, dass sie Menschen gegenüber sitzen, die ebenfalls unterschiedlicher Herkunft sind. Genauso bei der Polizei, im Lehrerberuf, im Kindergarten, da ist es wichtig, dass wir Vorbilder haben, dass wir Brückenbauer haben aus unterschiedlichen Kulturen, denn Deutschland ist vielfältiger geworden und das soll sich auch im öffentlichen Dienst widerspiegeln. Wie sehr müssen sich Zuwanderer mehr bewegen als bisher? Also ich glaube, beide Seiten müssen aufeinander zugehen. Integration ist keine Einbahnstraße, aber dass viele Migranten diese Angebote sehr positiv aufnehmen, das sehen wir daran. Es gibt inzwischen eine Million Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Integrationskursen, um Deutsch zu lernen. Das ist ein klares Zeichen, hier anzukommen. Ein großes Problem, das wir nach wie vor hier haben, ist Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Da soll morgen mal wieder ein Zeichen auch von diesem Gipfel ausgehen. Es sollen ja viele Zeichen von verschiedenen Gipfeln in den vergangenen Tagen ausgehen. Reichen diese Zeichen oder muss einfach noch offensiver geächtet werden, was rechtsextreme Gewalt beispielsweise angeht, was Rassismus angeht? Reichen die Zeichen da eigentlich schon längst nicht mehr aus? Man muss klare Grenzen setzen. Und Rassismus und Fremdenfeindlichkeit haben keinen Platz und dürfen keinen Platz haben in unserem Land. Es war erschütternd zu sehen, dass die Mordserie auf Rechtsextremisten zurückzuführen ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass Staat und Zivilgesellschaft aufstehen gegen Rechtsextremismus, gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Und mit Integration bilden wir das Gegengewicht gegen solche fremdenfeindlichen Tendenzen. Und deshalb ist auch dieser Gipfel so wichtig, um zu zeigen, Deutschland ist ein weltoffenes Land. Die Menschen sind willkommen in unserem Land und sie sollen alle Chancen haben. Und Fremdenfeindlichkeit darf keine Chance in unserem Land haben. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Möhmer.